Musik Leute, herzlich willkommen zur Aufnahme. Es ist abgestürzt. Schon wieder. Das ist jetzt das fünfte Mal, dass wir das aufnehmen. Das fünfte Mal. Nochmal. Ich hoffe, das Intro ist gut und lasst mich gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute reagieren wir auf 1109, den haben wir mal so spontan gefunden. Spontan. Spontan, muss ich mal überlegen. Abonniert auf NLK und ist immer noch nicht draußen. Ja. Ich weiß nicht, was so schiefgegangen ist. Und ja, dann. Haha. Ihr habt gerade abonniert. Abonniert. Wir haben fast die 20 Abonnieren. Hoffen wir mal. Wir haben nicht mehr das 10 Abonnieren. So. Es ist noch nicht ganz fertig. Es ist in Arbeit. Ja. Ja. Dann, das war das her, als wir das aufgenommen haben. Ich nepple. Der auch? Sind Jahre. Stuttgart-Rekord? Nein, das ist bestimmt schon fast ein Jahre her. Ich will jetzt nicht nachgucken, sonst schützt wieder das Ding ab. Möchtest du? Ja. Mann, du sprichst es falsch aus. Ich bin ein bisschen vor, dass es kein Mal ist. Ich hab' mal. Äh. So. Der wird rot. Rot, rot, rot. Hä? Warum der Rot? Blau. Das ist nicht die beste Farbe. Nein, nicht für mich, es ist nichts für mich wieder und für mich auch nicht. Ich mag lieber pink. Mit letzter. Jeder ist die beste. Nein, immer noch nicht. Nein. Jeder hat seinen eigenen Farb. Genau. So wie ich in Minecraft. Was ist mit dem los? Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Egal, um was es geht. Und danke, dass ihr uns guckt. Ja. Und wenn wir die 10 Abonnenten haben. Abonnenten prickelt. Auf. Äh. Äh. Zum Versehen. Abonnenten. Special. Ich hab' vier Videos in der Woche. Roblox. Roblox. Und Schildigs Abenteuer. Jetzt wenn ich nochmal 3 will, kommt der vierte und der fünfte noch. Der vierte wird... Mh. Mh. Das ist eigentlich der eigentliche Hauptteil sein. Dann kann ich doch unbedingt einen Finger. Dann müssen wir noch arbeiten. Boah. Ja. Dann kommt ein Special. Das geht nicht. Los. Ja. Drei, zwei werden noch kommen. So freut euch drauf. Abonniert den Kanal. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen. Egal wer. Du warst nett. Äh. Es würde mich immer freuen, wenn ich Kommentare kriege. Ich mag das immer ganz sehr. Ja. Aber. Wir machen uns nicht, wenn ihr keinen netten Kommentar schreibt. Zum Glück wissen wir schon, was wir bei 10 Abonnenten es möchte machen. Doch. Ähm. Verratzt. Oh. Oh. Ich rufe noch ein bisschen vor euch. Ja. Okay. Ja. Ihr könnt einfach mal das Video unter Level 09 finden. Oder ihr geht einfach auf Kieren und mehr. Schaut es jetzt auf einem anderen Kanal. Ja. Das bin ja ich. Guck mal. Da bin ja... Das Video hat so viel Kredite. Aber. Und das Intro. Das ist richtig cool. Das haben wir echt lange gebraucht. Das war's. Okay. Hä? Hä? Du sagst ja gar nicht das Stumm. Oh. Na ja. Na ja Lolo. Na. Okay. Aber Level. Na ja. Da. Da. Da hat er Glück. Der hatte sein Unglück. Nichts anderes. Nichts anderes. Glück. Glück. Geil. Ich bin doch sicher Dritter oder... Oder Letzter. Na ja. Ganz obwohl. Wir sollten glaub auch mal so ein Video rauskennen, oder? Ja. Was für ein Video? Hm? Ja. Ja. Was machst du? Ist keine Werbung. Ist gut. Ist gut. Wenn manche spielen, ist es übrigens auch keine Werbung. Oh mein Gott. So wie manche. Und wir machen das auch keine Werbung. Ja. Ja. Wir spielen einfach heute ein Spaß. Er spricht ein schlauer Typ. Um ehrlich zu sein, so... Ich würd ihm schon mal auf unsere Struktur anschätzen, so... Egal. Ja. Also, und das ist heute schon das dritte Video, oder? Was wir machen, ja. Ja. Bis dritte Video schon. Ja. Wir haben heute auch. Und die Frau ist noch eine Stunde. Hat's gedauert. Ich weiß nicht mehr. Und dann hat sie... Ja. Wir wollen nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Wir wollen nicht sagen, naja, die uns und die haben wir gerade einfach ins Graf geschmissen. Können wir vielleicht später mal erzählen. Es wird übrigens nicht nur das Intro geben, es wird auch noch ein weiteres Intro geben. Ja, was wir morgen sehen werdet, also seid gespannt, schaltet morgen ein. Ja, dann kommen die 12 Uhr. Ja, also, da werdet ihr ein anderes Intro sehen, davor haben wir uns auch nicht richtig für die Mühe geblieben. Das ist echt cool geworden, beide. Hä, auch bei uns da lassen. Juhi. Und ein kräftiges Mal. Ja, mit einem schallenden Abo. Schallenden Abo. Abo. Abo, Abo. Abo. Sag mal, sag mal, wir halten miteinander Abo. Abo, 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 Abo. Abo, 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 Abo. Wer es 70 Mal schafft, der kriegt 700 Euro für mich. Abo. Ja, Abo, 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 Abo. Abo, 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 Abo. Ja, aber die Abo hochfahren. Abo, 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 Abo. Ich versuch das mal 14, 17 Mal. Abo, 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 Abo Was anderes zu sagen, als Abo? Ich hätte es gesagt. Hm? Gewinnspiel! Nein, das ist kein Gewinnspiel. Ich weiß! Ich bin nicht dumm. Aber es gibt bald vielleicht mal ein Gewinnspiel. Gutes Deutsch, man. Ja, gutes Deutsch, man. Gutes Deutsch! Ja, gutes Deutsch! Ja, kann ich nicht erwarten, aber es muss sein. Wie kann man neben den Hustballon lassen? Der fliegt mir doch nur runter. Hä? Egal. Und dass ihr Spaß habt. Ihr! Ihr! Nicht wir! Ihr! Wir sollten auch Spaß haben. Ihr! Ihr seid die Hauptpersonen! Ja, es ist nur ein Scherz. Nennen. 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 Ja, tolle Abschluss. Nennen. Nein! Nein, das fahr ich auch jede Runde. Aber es bringt mir nie was. Ich bleib immer auf dem gleichen Platz. Ja. Hä? 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 Hä, der Unteren hat so geheult, weil irgendwas mit seinem Bohr falsch war. Äh, äh. 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 Hä? Moin. Dieser Typ ist komisch. Er spricht ja auch auf dem Bett. Aber er sagt, was weiß er? Ich weiß ja, es wird ja auch irgendwie mal falsch. Und ich denk auch, der kann... Oh! Oh! Ja, toller Typ! Oh nein! Der schießt sich einfach selber ab! Hä? Ich versteh kein Wort. Also, ja. Leute, das war's jetzt auch mit dem Video. Das schmeckt aber nicht den Kanal lang. Ich glaube, wir haben kein Auto. Ja. Da kommt's doch noch. Nee, nicht so. Das kommt kein Auto, ja. Also, wir lassen das jetzt noch weiterlaufen, ohne was zu sagen. Tschüss! Also, und da... Brank! It's a prank, Leute! Wir haben euch gebrankt, das war natürlich ich und Jan. Und wenn ihr eine coole Zuschauer weiß, dann... Wenn ihr coole Zuschauer seid, dann... Ich bin's natürlich. Ja, auf jeden Fall. Abonniert natürlich auch beide. Also... Tschau! 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 Tschüss! Wie ist alles! Ich bin die Denny Kuhl. Tschau!